So, hier sind wir in der Rezeption in der Wartehalle vom Hotel Dana Beach in Hogada. Es ist ein ganz, ganz tolles Hotel mit ganz vielen Spezialitäten, Restaurants, die alle hier mit All-Inklusive dabei sind. Traumhaft schön, es ist total verspielt, es ist orientalisch, es ist einfach nur wirklich was ganz, ganz anderes mal, finde ich. Es ist super toll, es sind ganz, ganz viele verschiedene Stile hier drin. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, weitere Informationen bekommt ihr entweder auf feller.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken auf info-at-feller.de oder ihr könnt einfach, ja, uns anrufen im Reisebüro unter 09732 2600. Und dann werde ich euch weitere Fragen gerne zu Hogada, zu Ägypten, zur Makadi Bay Bucht, zur Soma Bay gerne erklären. Bis dahin, viel Spaß beim Zuschauen und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir unten drücken für Reisebüro Feller. Und dann seht ihr weitere Videos von uns.